Hallo zur Live-Übertragung von Philipp Island. Nur noch ein paar Minuten bis zum Start der Moto3-Klasse. Wir warten hier in der Startaufstellung darauf, dass die Fahrer grünes Licht für die Warm-Up-Runde bekommen. Die Motoren sind gestartet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Das ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020